Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Heute geht es endlich weiter mit dem 10.000 Euro Gaming PC und damit dem Corsair 1000D Projekt. Wir haben den PC ja jetzt endlich fertig gebaut und ich finde das Ergebnis kann sich auch wirklich sehen lassen. Denn dafür, dass es wirklich meine allererste Custom Wasserkühlung, natürlich abgesehen vom legendären Bierkühlungs PC war, bin ich optisch wirklich sehr zufrieden mit dem Teil. Und auch der Timelapse, der wirklich super viel Arbeit war, ist richtig richtig gut bei euch angekommen und hat inzwischen schon über 250.000 Aufrufe. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann kann ich euch nur empfehlen das nachzuholen, denn wir haben da wirklich einen Hardware Porn vom allerfeinsten gedreht. Heute geht es jedenfalls an das finale Video zu dem PC, wir werden das Teil ausführlich testen, also durch die üblichen Benchmarks und Spieletests jagen, über die Übertaktung und Temperaturen sprechen und dabei auch das ein oder andere kritische Wort verlieren, weil so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, es funktioniert leider nicht alles so reibungslos wie man denken könnte und gerade SLI bzw. NVLink haben in der Praxis einige Probleme gemacht. Die Konfiguration des PCs sollte inzwischen ja den meisten von euch bekannt sein, aber falls ihr noch kein Video zu dem PC gesehen habt, verbaut ist ein Intel Core i9-7900X10-Kernprozessor mit 20 Threads und bis zu 4,3 GHz Turbotakt. Natürlich habe ich die CPU geköpft und mit Flüssigmetall ausgestattet, weil die X299 CPUs ja nicht unbedingt für ihre guten Temperaturen bekannt sind und wer sich die Frage stellt, warum ich hier auf so eine in Anführungszeichen alte CPU gesetzt habe, das Projekt ist schon seit über einem Jahr in Arbeit und damals gab es noch keine guten Alternativen wie zum Beispiel den 3900 oder 3950X von AMD und ja darum und natürlich auch wegen der Anzahl der PCI Express Lanes war zu dem Zeitpunkt der 7900X in meinen Augen die beste Wahl, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich eher zu was anderem greifen würde. Jedenfalls haben wir die CPU natürlich übertaktet und zwar auf 4,7 GHz auf allen Kernen und das bei 1,26 Volt, einfach weil das bei unserem Modell der Sweet Spot war, was Stromverbrauch, Temperaturen und natürlich die Leistung angeht. Der CPU stehen insgesamt 64GB Corsair Dominator Platinum DDR4 RAM mit 3600MHz zur Seite und bei den Grafikkarten kommen zwei Nvidia RTX 2080 Ti's zum Einsatz, die mit einer NVLink Bridge von ROG verbunden sind. Außerdem wurden die Kühler von der Founders Edition mit Hydro-X-Wasserblöcken von Corsair ausgetauscht für eine noch bessere Kühlung und vor allem bessere Übertaktungsergebnisse. Und bei dem Punkt bin ich auch wirklich begeistert von den Karten, denn wir haben es bei beiden Karten geschafft, den Speicher um 1100MHz zu übertakten. Der Speichertakt beträgt jetzt also 16200MHz und auch bei den Chips hatten wir Glück, da waren nämlich immerhin 180MHz drin, was je nach Spiel und Benchmark zu einem effektiven Takt von knapp 2150MHz führt. Und das Ganze eben mal zwei, leistungsmäßig also, zumindest was die Grafikkarten angeht, das Stärkste, was ich jemals hier auf dem Channel für euch bauen und natürlich testen durfte. Und bevor wir jetzt gleich direkt zu den Benchmarks und Spieletests kommen, will ich vorher noch das Thema Temperaturen ansprechen, denn auch die können sich wirklich sehen lassen. Wir haben ja insgesamt drei Radiatoren verbaut, zwei 480mm Modelle für den Grafikkartenkreislauf und einen 360mm Radiator in Push-Pull-Konfiguration für die CPU und das merkt man auch. Gerade bei den Grafikkarten konnte ich wirklich kaum meinen Augen trauen, egal wie lange man zockt und welches Benchmark man laufen lässt, selbst bei 100% Auslastung von beiden Karten gleichzeitig haben sich die Chip-Temperaturen immer um die 40 Grad bewegt. Also ein Wert, den die meisten luftgekühlten Grafikkarten im Windows-Betrieb erreichen. Und das Ganze dann auch noch nahezu lautlos, weil sich die Lüfter auf den Radiatoren mit nicht mal 800 Umdrehungen pro Minute drehen, wirklich beeindruckend. Intel-typisch sieht es bei der CPU natürlich nicht ganz so gut aus, obwohl sie geköpft ist und trotz Wasserkühlung erreichen wir hier in Cinebench Temperaturen von um die 70 Grad. Und auch wenn das nicht wirklich bedenklich ist oder so, eine Threat-Ripper-CPU wäre wahrscheinlich 20 Grad kühler geblieben. Trotzdem natürlich kein Vergleich zu einer Luftkühlung von so einem System. Und damit kommen wir jetzt auch schon direkt zu den Benchmarks und Spiele-Tests. Natürlich war als erstes wie immer Cinebench dran, da erreichen wir im Cinebench R15 den Wert von 2603 Punkten im Multicore und 206 Punkten im Single-Core, was wirklich ein gutes Ergebnis ist. In i9-9900K erreicht mit nur knapp 2000 Punkten im Multicore ein über 20% schlechteres Ergebnis. Trotzdem, und das habe ich ja schon vorher gesagt, ein 3900X von AMD wäre inzwischen einfach die sinnvollere Wahl. Denn für weniger Geld erreicht der mit 3175 und 209 Punkten in beiden Disziplinen ein besseres Ergebnis. Und für die, die es interessiert, im neueren Cinebench R20 erreicht das System 482 Punkte im Single-Core und 6172 Punkte im Multicore. So viel jedenfalls schon mal zur CPU, viel interessanter finde ich dann aber die synthetischen Benchmarks und da macht den Anfang natürlich mal wieder 3DMark Times bei. Wir erreichen da eine Gesamtpunktzahl von 20.172 Punkten, davon 23.824 Grafikpunkte bzw. 154 und 137 FPS in den beiden Grafiktests und einen Physik-Score von 10.796 Punkten. Das ist der höchste Wert, den ich je in dem Benchmark erreicht habe und im Vergleich zu meinem schnellsten System, was ich davor zusammengebaut habe, ein PC mit i9-9900K und einer RTX 2080 Ti Aorus Extreme, der 92 und 84 FPS erreicht hat, ist es ein 60 bis 70% besserer Wert. Die zweite Grafikkarte macht sich also wirklich bemerkbar und natürlich ist der PC damit schneller als 99% aller anderen jemals und weltweit getesteten Systeme. Die 3DMark Benchmarks könnt ihr euch übrigens alle selbst kostenlos runterladen, falls ihr Lust habt, eure Systeme mal mit dem PC zu vergleichen. Den Link packe ich euch unten in die Beschreibung und jetzt gehen wir einfach nochmal kurz die Werte aus den anderen Benchmarks durch. Im Timespy Extreme haben wir eine Gesamtpunktzahl von 12.219 Punkten, im Firestrike Extreme insgesamt 24.214 Punkte, im Firestrike Ultra 15.169 Gesamtpunkte, davon 16.724 Grafik und 22.352 Physikpunkte, womit der PC laut dem 3DMark Rating dreimal so schnell wie ein 4K Gaming PC ist. Und zu guter Letzt habe ich dann auch noch das Raytracing Benchmark Port Royal getestet, da erreichen wir 18.845 Punkte bzw. 87,25 FPS und das ist wirklich interessant, denn mit einer einzelnen RTX 2080 Ti ohne OC erreicht man hier gerade mal knapp 8.000 Punkte. Mit der zweiten Grafikkarte hat sich die Leistung also mehr als verdoppelt und das war auch wirklich das Benchmark, in dem NVLink mit Abstand am besten funktioniert hat. Denn jetzt kommen wir zu den Gaming Benchmarks und da wurde ich zumindest was das Thema Multi-GPU angeht ziemlich schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Denn so hoch die theoretische Performance von einem SLI bzw. in dem Fall NVLink-Gespann auf dem Papier auch sein mag, so mühselig und problematisch kann so eine Konfiguration im Alltag und auch beim ganz normalen Zocken sein. Denn wer denkt, dass man einfach eine zweite Grafikkarte einbaut, loszockt und die doppelte Performance bekommt, der hat weit gefehlt. Es unterstützen weitaus weniger Spiele mehrere Grafikkarten als man zunächst denkt und in vielen Fällen funktioniert das Ganze, wie ihr auch gleich sehen werdet, trotz Unterstützung mehr schlecht als recht. Das erste Spiel, was ich getestet habe, war Far Cry 5 auf Ultra-Einstellungen und zwar zunächst in WQHD. Da haben wir mit 85 bis 153 und durchschnittlich 110 FPS zwar ein wirklich gutes Ergebnis erreicht, tatsächlich ist es aber sogar ein schlechterer Wert, als ich mit einer einzelnen RTX 2080 Ti erreicht habe, nämlich durchschnittlich 120 FPS, was einfach daran liegt, dass wir komplett ins CPU-Limit rennen. Ich habe das Spiel dann natürlich auf 4K-Auflösung hochgestellt, was auch tatsächlich den gewünschten Effekt hatte. Das CPU-Bottleneck ist so nicht mehr vorhanden, aber wie man sehen kann, werden die beiden Grafikkarten trotzdem nicht zu 100% ausgelastet, was ganz einfach an der schlechten Programmierung des Spiels liegt. Wir erreichen so durchschnittlich immerhin 81 FPS, was in unserem Fall gegenüber einer einzelnen Karte aber gerade mal eine Steigerung von 40% ist. Als nächstes war dann Shadow of the Tomb Raider dran und was soll ich sagen, das Spiel ist wirklich beschissen optimiert, wenn es darum geht, mehrere Grafikkarten zu nutzen. Wir erreichen im Benchmark zwar weit über 100 FPS auf höchsten Einstellungen und in 4K-Auflösungen, haben gegenüber einer einzelnen Karte also knapp 70% mehr Leistung, dafür stürzt das Spiel aber die ganze Zeit ab und ich bin da auch nicht der einzige Betroffene. Gamers Nexus haben auch mal einen NVLink-Test mit zwei 2080 Ti's gemacht und auch die haben an der Stelle die gleiche Erfahrung machen müssen. Zum Glück sind nicht alle Spiele so schlecht optimiert und es gibt wirklich Titel, in denen SLI bzw. NVLink sehr gut funktioniert. Dazu gehören vor allem ältere Titel, die noch auf DirectX 11 basieren, wie zum Beispiel GTA 5. Das läuft auf höchsten Einstellungen und in 4K-Auflösungen einfach mal mit weit über 100 FPS und wie man sehen kann, werden auch wirklich beide Grafikkarten schön ausgelastet. Obwohl wir GTA-typisch leicht im CPU-Limit sind, erreichen wir einen etwa 70% besseren Wert als mit einer einzelnen Grafikkarte, was sich wirklich sehen lassen kann. Ähnlich sieht es auch bei Witcher 3 aus, auch das Spiel kann sehr gut mit mehreren Grafikkarten skalieren, das sieht man alleine schon an der hohen Auslastung der beiden Karten. Das Spiel läuft in WQHD auf höchsten Einstellungen mit durchschnittlich über 160 FPS, auch das kann sich wirklich sehen lassen und angesichts der Leistung ist anscheinend auch Plötze total aus dem Häuschen. Als nächstes wäre dann eigentlich Battlefield 5 an der Reihe gewesen, wäre, naja, weil das Spiel im DirectX 12 Modus gar nicht mit mehreren Grafikkarten arbeiten kann. Zwar unterstützt der DirectX 11 Modus SLI, aber jeder, der schon mal Battlefield 5 gespielt hat, der weiß, wie schlecht das Spiel unter DirectX 11 läuft. Und in unserem Test haben wir mit einer einzelnen Karte in DirectX 12 bessere Ergebnisse als mit zwei Karten unter DirectX 11 erreicht, sodass auch das eigentlich gar keinen Sinn macht. Ihr seht also, das Ganze ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt Anwendungsfälle und das haben vor allem die Benchmarks gezeigt, in denen Envilink wirklich sehr gut funktioniert und wir quasi die Gaming-Leistung unseres Systems verdoppeln können. Aber in vielen Fällen ist es halt so, dass neue Spiele entweder gar keinen Support für mehrere Grafikkarten haben oder das Ganze so schlecht implementiert ist, dass man lieber auf einer einzelnen Karte spielt. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass Multi-GPU-Systeme immer weniger relevant werden. Man könnte fast sagen aussterben und das halt auch für Entwickler, zumindest im Gaming-Sektor. In meinen Augen macht so eine SLI- bzw. Envilink-Konfiguration aktuell nur Sinn, wenn man schon vorher genau weiß, was man damit vorhat. Also, welche Spiele man spielen möchte, auf welchen Einstellungen und vor allem mit welcher Auflösung. Weil gerade bei 4K-Gaming kommt man oftmals am CPU-Bottleneck vorbei und kann die Mehrleistung dann auch wirklich ausschöpfen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass der PC natürlich ein absolutes Monster ist. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, das ist der schnellste PC, den ich je zusammengebaut habe und ich hatte auch wirklich super viel Spaß an dem ganzen Projekt. Jedenfalls habe ich damit, glaube ich, alles zu dem PC gesagt, was ich sagen wollte. Jetzt hätten wir wieder ihr gefragt, wie hat euch das ganze Projekt gefallen? Wie steht ihr zu Multi-GPUs und was für Themen wünscht ihr euch als nächstes? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.